... dass es noch bis zum Abend dauern, bis alles wieder nach Fahrplan läuft. Bei den Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst ist Bewegung gekommen in den Streit um die Bezahlung festangestellter Lehrer. Der Verhandlungsführer der Länder Möllring sagte, Lehrer konnten künftig einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Bislang ist dafür jedes Bundesland selbst zuständig. Über die Milliarde Anhebung der Gehälter gibt es aber noch kein Einvernehmen. Und die afghanischen Behörden, die NATO und die Bundeswehr untersuchen den Tod einer Afghanin, in denen eine Patrouille der Bundeswehr verwickelt sein soll. Ein örtlicher afghanischer Polizeistag hatte zunächst berichtet, die deutschen Soldaten hätten das Feuer eröffnet und dabei die Frau getötet. Inzwischen heißt es, die Frau sei vermutlich bei...